Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich dieses wunderbare Bauernbrot mit getrocknetem Sauerteig. Backe ich heute einen Futsch von meinen Zuschauern, welche mich mal gefragt hat, ob ich schon mit gekauften Sauerteig gebacken habe. Nein, habe ich nicht, aber heute habe ich das ausprobiert und es ist ein volles, geschmackvolles, ein sehr gutes Brot geworden und kann nur empfehlen, euch auszuprobieren. Viel Spaß beim Video anschauen. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung. Abends stellen wir erstmal aber Sauerteig an. Dafür nehme ich ein Päckchen Rogenvollkorn, getrocknetes Sauerteig, den Rogenmehl 1150 Typ werde ich erstmal durchsieben und von der gesamten Mehl nehme ich so ein paar Löffelchen. Vermische erstmal alles zusammen und von einem Teelöffel getrockneter Hefe gebe ich nur eine kleine Prise zu dem Sauerteig. Dazu fügen wir 100 ml warmes Wasser, so ein lauwarmes Wasser und ein Teelöffel Honig. Honig kann man oder im Wasser gleich auflösen oder wie ich einfach gut aufschlagen, bis das so cremig wird. Danach decken wir es zu und lassen wir hier in die Küche bei Zimmertemperaturen über Nacht einfach ruhen. Am nächsten Morgen können wir weitermachen. Schau, über Nacht unser Sauerteig wunderbar aufgegangen, so viele Bläschen, alles gut geklappt. Jetzt können wir den Teig komplett herstellen. Erstmal siebe ich nochmal den Rogenmehl, was wir gestern abends gehabt haben und dann nehme ich noch von Weizenmehl 10-50 Typ und auch siebe durch. 50 Gramm Leinschrot und 50 Gramm Sonnenblumenkern, ein Teelöffel gehäufte Salz und ein Teelöffelchen getrockneter Hefe. Jetzt trockene Zutaten werden wir gut verrühren und geben wieder zu unserem vorbereiteten Sauerteigansatz. Dass ich das alles verbrauchen könnte, gebe ich einfach meine vorbereitete lauwarmes Wasser und sozusagen spüle meine Schüssel ab, dass dir alles von dem Sauerteig auch in den Teig reinkommt. Restliche Wasser dazugeben und da können wir schon in die Maschine reinmachen und kneten lassen. Fünf Minuten knete ich erstmal auf die langsame Stufe und dann auf die schnelle. Nach fünf Minuten können wir unsere Maschine ausmachen und zwischendurch habe ich einmal von der Wand den Teig runter gemacht zum Nächten. So, jetzt können wir einfach schön zur Mitte machen unseren Teig. Der Teig ist schön leistig und etwas klebrig, so soll er auch sein. Es ist wirklich ein sehr schöner Teig und schön mit ihm zu arbeiten. Ich mache noch ein bisschen Öl am Rand von der Schüssel, dass dann später der Teig auch besser aus der Schüssel geht. So, ungefähr ein Esslöffel Olivenöl. Dann machen wir nochmal schön glatt zur Mitte. Schaut, richtig schöner Teig. Deckel drauf und lassen wir an den warmen Ort aufgehen, dass es dich doppelt vergrößert. Nach einer halben Stunde sieht mein Teig so aus. Richtig schön gut aufgegangen. Jetzt holen wir den Teig aus der Schüssel raus und werden wir ihn auch gut durchkneten. Erstmal falte ich und dann knete ich durch. Der Teig soll eine richtig schöne glatte Oberfläche bekommen. Deswegen ein paar Mal muss man ihn doch durchkneten. Der Teig ist wirklich sehr elastisch. Es ist sehr gut mit den Arbeiten. Formen wir dann Brot. Und dieses Brot kann man auf dem Blech backen, aber ich backe es in Form. Die Form habe ich etwas angefetert und dann mit Mehl bestreut, dass später das Brot besser raus geht. Decken wir mit einer Folie zu. Die Folie von einer Seite habe ich ein bisschen angeölt, dass es nicht so stark klebt an den Teig. Tuch drauf und an dem warmen Ort wieder deutlich aufgehen lassen. Nach 45 Minuten sieht unser Teig so aus. Schaut gut aufgegangen. Jetzt besprühe ich etwas mit lauwarmes Wasser und bestreue mit dem Mehl. Danach schneiden wir noch ein bisschen Brot ein. Und geht unser Brot bei 180 Grad Ober- und Unterhitzel ungefähr so für 45 bis 1 Stunde backen. Es kommt nach Art jedes Ofen. Die Backofen sind unterschiedlich. Deswegen schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. Dabei stellen wir auch noch eine feuerfeste Schale mit dem heißen Wasser auf den Boden von dem Backofen. Nach 45 Minuten habe ich das Brot rausgenommen. Es ist richtig gut aus der Form rausgegangen. Aber es merkt man, dass er noch nicht durchgebacken ist, weil es hat ziemlich stumpf geklungen, wenn ich so geklöpft habe. Deswegen stelle ich mein Brot ohne Form noch für 10 Minuten im Backofen zum Nachbacken. Habt ihr das gehört? Wie hohl klingt jetzt unser Brot. Es heißt, dass er es jetzt richtig gut durchgebacken ist. Ich habe in 15 Minuten nachgebacken. Danach wickele ich mein Brot in das Tuch. Und das Brot darf man nicht stehen, sondern an die Seite legen und abkühlen lassen. So, unser Brot ist jetzt schon abgekühlt. Es ist natürlich noch lauwarm, aber wir werden jetzt schon abschneiden. Und mal probieren, wie es schmeckt. Duftet auf jeden Fall und sehr schön. Knusprig und schönes, dunkles Brot. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wir haben von diesem Brot drei Tage gegessen. Und das Brot, es war wie am ersten Tag. Muss ich ehrlich sagen, es war ein wirklich gelungenes Brot. Und ich finde es ein sehr gesundes Brot, so liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Einen guten Appetit. Und für meine Zuschauer habe ich jetzt das Brot mit dem getrockneten, gekauften Sauerteig getestet. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelohnt. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.